Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Ich bin so was von tot jetzt. So was von tot. Bis zum nächsten Mal. Probieren wir mal Luftschlag. Was ist das? Was ist das? Das sind aber jetzt wieder andere Waffen als ich das letzte Mal gespielt habe, Julian. Ich kenn die gar nicht. Das ist mir neu, das ist neu. Den kenn ich. Oh. Ja, oh. Das ist ein Mal gespielt. Hacer das das in den Richt solu Seite. Drei perse Castelnope visto lassen sich darin. Drei auf Vielleicht. Bist in Cinate jumping drauf. Jä preciso. Bis Dicht undvolmeисаpo. Wieso probieren wir uns, doch? Aber abnohin nicknoppen. Da war aber noch was. Ich hab was gehört. Noch weiter oben. Wie soll ich denn da hoch, alter? Digga, warum verzieh ich? Ja. Die überhalten wir. Die überhalten wir. Uff. Weiß ich, ob die Maschinenpistole jetzt ne gute Idee ist als Zweitwaffe. Alles aufm Busch. Oh mein Gott. Ich habe geschossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube das wird nix mehr. Ey, es hat Spaß gemacht. Das war echt ne coole Nacht heute. Äh, in dem Sinn. Ich verabschiede mich. Fickt euch. Bye bye. Frames Morn. Frames Morn. Ah. Schnellungsgute Nacht. Schlaf schön. Danke fürs, äh, dabei sein. Ach, total für den Hrom. Oh mein Gott. Ach, geht an was ich. Ach, geht an was ich. Tja. Ich hab dich, ich hab dich. Ach, geht davon. Ich hab dich in den Hormagorz. Die Hormagorz. Das ist auch ne kranke Pistole. Kurz vor Platz 3, laber doch nicht, Junge. Ach, die Pumpgun ist automatisch. Action. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, fick mein Leben einfach. Kannst keinem erzählen, was hier passiert. Vielleicht bald die an... Ja, easy. Das glaubst du schon. Ich hab nur noch vier Schuss. Erstmal saufen. Ich hab die Flan Relation. Ich hab die Flan Relation. Ich sehe niemanden. 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 Aber die ist eh scheiße. Ich muss Trommel spielen auf jeden Fall. Ich sehe niemanden. Ich sehe niemanden. Ich sehe niemanden. Felix. What's up? Welcome. Oh. Action. Action. Direkt mitmachen. Ich könnte Heel gebrauchen. Äh. I am fine man. Imagine man spielt Fortnite. Imagine man ist vegan aber zu. Imagine. Imagine man trollt den Don. Imagine Junge. Imagine dass du imaginest. Bin ich nicht. Nein. Das sagst du. Beweis es uns. Hahaha. Oh ja. Spotnight Hype. Oh mensch. Oh. Yes. Coz. Of the OG Map. Felix. Aber es ist mein erstes Mal, ich habe nie gespielt den OG-Map. Und ich mag es nicht, weil ich 0-Build habe. Und es wurde nicht gemacht für 0-Build. Welches war hier, ähm, Season 4? Ich habe ja, ich habe ja wirklich angefangen mit Fortnite, ähm, wo nicht Bauen reingekommen ist. Und das war, meine ich, halt die eine Map, die jetzt letztens da drin war. Damit ist das doch reingekommen, oder? Ich weiß nicht, welche Season das ist oder war. Ich werde in den Wahlumbruch, ähm, gehen und Bronze einziehen, Digga. Du bist echt wild drauf. Ich bin traumatisiert von gestern. Ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Was war das denn? Oh nein, 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 nein. Das wäre zu viel, meine ich. Nehme ich mir lieber noch auf. So, bringt das jetzt was, wenn ich das hier noch mitnehme? Eigentlich nicht, ne? Die ist ja, die ist ja ziemlich trash eigentlich. Die streut so umher wie so eine wilde Katze. Die sind nicht auf dem Motiviert. Die sind auf dem Motiviert. Ich bin da weg. Ich bin jetzt in Fortnite, OG. Was ist passiert in Brighton? Alles ist gleich. Gleich ist gut. Oh, ich dachte schon. Bozuk, havalar bozuk. Rainy. Oh, 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 oh. Scheiße, Junge. Geht der Stein überhaupt kaputt? Ach, der war dahinter. Ja, das ist die Pumpgun. Alles nachladen. Das ist immer mein größter Fehler, ey. Ich vergesse das immer und dann schreiß ich rein. Hundertpro ist einer da am Baum. Aber, ohne, sieht gut aus. Warum, Felix? Too much work? Oh, 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 oh. Dükkan taşıdınız. Dükkan taşıdınız. What kind of store is this, man? Was? Das Feld... Achso, das soll dann hier auf diese Map knallen und dann entsteht die neue Map draus, oder was? Ich bilde mir jetzt da was ein, aber... So, schick mal in die Knister. Was ist so heavy, man? Was ist hier los? Nur noch sieben am Leben? Nur noch sieben am Leben? Okay. Was ist schlecht. Babylone is sleeping. He's good. He's fine. He throw my smartwatch... into the garbage. Chabatte. And... I don't find it. I can't find it anymore. Yeah. I don't know why. I don't know why. Her şeyi karıştırıyor artık. Biliyorsun çekmecileri açıyor. Oradan almış benim saati. Herhalde... Pempaslarını attığımız çöpe atmış. Onu da... Dışarıdaki çöpe attık. Gitti yani saat. Yeni almıştım bile. Hehehe. Hehehe. Ich all das hause. Heinen. Oh, zonen sehr gut. Oh, high ground. Und ich muss da oben hin. Und da komme ich auch von hier hoch. So, alles parat. Das ist einer. Fuuuck. Nein. Nein. Schau. Ich bin sowas von tot. You don't see me. You don't see me. Hide and seek. Tada. Five left. Ich muss versuchen so ein bisschen wegzusnipen. Immer schön am Rand bleiben. Four people left. Der Typ hat sich halt High-Ground gesichert schon. Der hat das schon kommen sehen. Ah, jetzt bleibt er wieder da oben. Ah, bringt euch um, Junge. Bringt euch um. So, einer ist oben. Haben wir schon mal die Info? Aber der andere ist lost. Und ich muss moving. Und scheiße. Ah, second one. So. Jetzt mal schauen, was die Zone macht. Äh, yes, always, Felix, always. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen, Junge? Auf die andere Seite. Ich mach dich so lange tot, bis du davon stirbst. Yes. Das ist die Star Wars. Ich mach dich. Ich mach dich, wenn du großst. Ich mach dich. Ich mach dich. Das ist ein Duke-Man. Ich habe ihn gehört. Na komm, komm zeig dich. Ich habe alle keine Bild. Ich habe mich nicht zurückgekehrt. Ich bin nicht auf der Weg. Ich bin nicht auf der Weg. Ja, vielleicht. Maybe. Maybe he knows. S**k troll'du gitti yine. Lan s**kim. S**k troll'du. S**k troll'du. Ich bin von Idioten umgeben. Ja, Judge. A-J-A. Ja, 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 ja. Dankeschön. 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 Ich bedanke mich bei allen meinen Fans, bei allen meinen Vertragspartnern und unter anderem bedanke ich mich auch bei meinen 3 Eiern, die ich hab. Ohne die wäre das nicht wäre das nichts geworden